Mein Name ist Björn, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS-Tools. Ich möchte euch jetzt unser Dellensegel in einem Durchmesser von 80 cm vorstellen. Mit einem Dellensegel werden Dellen auf der Karosserie deutlich sichtbar. Durch das gebrochene Linienmuster kann man die Dellen überall, ob Hagelschäden oder so, gut erkennen. Mit unserem Dellensegel ist eine schnelle und effektive Schadensermittlung möglich.